Freunde, im heutigen Video mussten wir aus Sassi Wassis Schule entkommen. Und Leute, glaubt mir, obwohl ich Sassi Lami bin, war es gar nicht mal so einfach aus dieser Schule zu entkommen. Ich sag's euch. Deswegen schaut das Video einfach bis zum Ende. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht wieder verpasst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen. Nein, Freunde, wir sind hier direkt am Anfang am Startbildschirm. Äh, Sassi School Grounds. Aber, Freunde, wenn wir mal genau da drunter gucken, dann steht da Poppy Playtime. Also, Freunde, vielleicht ist dieses Spiel so eine kleine Kopie von Poppy Playtime. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir drücken einfach mal auf Starten und wählen Kapitel 1 aus. Und, oha, oha, was geht denn da um? Das ist Sassi Wassi. Hey, ey, ich bin Sassi Lami. Was geht ab, Sassi Wassi? Lass uns einen Zickdorf machen. Oh, mein Gott, was geht denn da ab? Oh, mein Gott, nein, die Lami im Army wird von Sassi Wassi hier verfolgt. Oh, mein Gott, was geht das hier eigentlich ab? Was sind das hier für Geräusche? Oh, mein Gott. Aber, naja, Freunde, was auch immer Sassi Wassi ist, wir müssen auf jeden Fall hier aus dieser Schule oder aus dem Kindergarten entkommen. Mann, ich würde sagen, wir gehen mal hier direkt durch die Tür durch und, warte mal, wir müssen alle sieben Bananen sammeln. Moment mal, das wusste ich gar nicht. Okay, dann sammeln wir erstmal alle sieben Bananis. So, okay, das ist schon mal cool. Direkt am Anfang erwarten uns hier eine sehr, sehr schwere Mission. Oh, oh, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. So, vier Bananen haben wir schon mal. Okay, 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 Leute, das ist direkt am Anfang echt, echt cool gemacht hier. So, nein, 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 lass mich in Ruhe. Oh, mein Gott, Sassi Wassi. Oh, mein Gott. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Guckt euch das mal an, ey, was ist das für ein Ding? Nein, kann mir bitte jemand helfen? Hallo? Hallo? Nein. Äh. Äh, okay, was war das hier jetzt für ein Geräusch? Okay, keine Ahnung. Naja, Freunde, zwei Bananen fehlen uns noch. So, jetzt werden wir aber nicht erwischt hier. So, eine Banane und die letzte Banane. Und nein, 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 lass mich doch durch. Ich habe doch alle sieben Bananen nicht gefunden. Oh, Mann, ey, wie geht denn diese Tür jetzt auf? Muss ich da vielleicht noch einen Code eingeben? Oh, das ist so laut hier. Sassi Wassi, jetzt sei mal leiser, Mann. So, und, okay. Ey, wir haben, wir haben die Tür geöffnet. Endlich. Oh, mein Gott. Okay, ich muss schon sagen, dieses Spiel sieht sehr, sehr cool aus. Vor allem die Schule hier, die ist echt cool gemacht. Und nein, nein. Ich höre schon wieder Sassi Wassi. Sassi Wassi ist hungrig. Okay, Leute, wir müssen hier auf jeden Fall Schlüssel finden und die ganzen Räume öffnen. Oh, mein Gott. Wie sieht der denn jetzt aus? Oh, mein Gott, Leute. Der sieht ein bisschen anders aus, finde ich. Oh, oh. Ich brauche einen Hammer hier. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay, Leute. Dann lasst uns mal jetzt erstmal die ganzen Sachen suchen. Okay, wo müssen wir langlaufen? Äh, hallo? Ist hier irgendwo ein Schlüssel oder so? Moment mal. Wer ist da denn jetzt drin? Hä? Was ist das denn für ein Typ? Ey, Duda. Hallo? Kannst du die Tür aufwachen? Oh, oh. Oh, oh. Von wo kommt wieder Sassi Wassi? Ich höre den wieder schon so laut. Okay, da vorne war der. Ja, aber irgendeine Tür müssten wir doch jetzt öffnen können, oder? Aha, hier in der Kantine. Okay, was haben wir hier? Hä? Wer bist du denn? Er braucht auf jeden Fall einen Schlüssel, sagt er. Nee, eine Karotte? Okay, Leute. Wir müssen ihm eine Karotte besorgen. Keine Ahnung, wo wir die herbekommen. Bekommen wir aber bei ihm nichts her? Hä? Ist hier nicht irgendwie so ein Schlüssel oder so versteckt? Ey, das kann nicht sein. Wie krass versteckt sind denn die ganzen Sachen? Hallo? Oh, hier kommen wir auch nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Oh mein Gott. Okay, Leute. Äh, kommen wir hier rein irgendwie? Äh, nee, auch nicht. Hä? Hä, Leute? Wo müssen wir hin? Oh mein Gott. Ich habe hier wirklich keinen Plan. Äh, hä? Wie? Warte mal. Acht Bananen müssen wir wieder sammeln? Wie, schon wieder Bananen? Oh, Mann. Oh, oh. Ich glaube, ich muss mich mal vom Acker machen hier. Okay, wo können wir noch rein? Oh, hier. It's Jim. Yeah. Okay, wir sind jetzt hier in der Sporthalle. Und hier haben wir eine Banane. Okay, let's go. Okay, Hinweis. Die erste Taste. Was? Jetzt habe ich das nicht gelesen. Oh, Mann ey. Äh, kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Kokosnuss? Nein? Okay, dann nicht. Oh, warte mal. Aber er schreibt, habt ihr Slami Cape an? Das sieht man aber gar nicht. Aber, Moment mal. Doch. Doch. Moment mal. Ja, man sieht es. Er hat das Slami Cape an. Let's go. Okay. Na gut, Freunde. Wir laufen jetzt mal weiter und suchen die sieben anderen Bananen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zuerst die Bananen suchen müssen. Oh mein Gott. Oder ein paar andere Sachen. Also, was anderes finde ich hier aber auch nicht. Ähm. Hallo? Findet man hier irgendwas? Man kann hier auch nirgendwo durch. Wie soll ich denn irgendwas finden, wenn ich nirgendwo rein kann? Moment mal. Hat er den Schlüssel? Nee. Bibliothekschlüssel? Mann, wo findet man das denn hier alles? Oh. Uh. Ist das die, was die hinter mir? Ich glaube nicht. Oh, warte mal. Hä? Achso, man kann hier einfach durchgehen. Oh, Mann. Sag das doch. Okay. Moment mal. Dann muss ich hier irgendetwas befinden. Oder? Hallo? Vielleicht hier im Kühlschrank? Ja. Ein Schlüssel. Oh mein Gott. Wir haben den Gartenschlüssel. Okay. Okay. Hä? Das Spiel ist eigentlich voll easy. Ja, toll. Ey. Wenn ihr mir mal ein bisschen helfen würdet hier. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal zum Garten gehen. Äh. Vermute ich mal. Das ist nicht der Garten. Hier ist auch nicht der Garten. Hier auch nicht. Moment mal. Hallo? Muss ich hier irgendwo den Gartenschlüssel reintun hier? Hallo? Gartenschlüssel? Ich glaube, hier kommen wir auch nicht weiter, oder? Oh Mann, ey. Oh. Aha. Hier ist der Garten. Moment mal. Und? Okay. Perfekt. Wir haben die Tür geöffnet. Was ist hier? Hä? Können wir das aufheben? Nee. Okay. Ich glaube, das können wir nicht aufheben. Moment mal. Befindet sich hier irgendetwas? Hä? Wer bist du denn? Und warum hast du nur ein Auge? Ey, wer ist das? Ich brauche Kunstschlüssel. Okay. Hey, wo finden wir jetzt die Kunstschlüssel? Und kannst du uns nicht irgendwas geben? Ey, Mann, ey. Leute, das ist gar nicht mal so einfach. Wo müssen wir denn jetzt hingehen? Oh Mann, ich check wieder gar nichts. Oh oh. Sassi-Wassi? Hallo? Lebst du noch? Oh mein Gott. Können wir da vorbeigehen einfach? Ich hoffe mal. Äh. Sassi-Wassi ist, glaube ich, eingeschlafen. Oh Mann, ey. Sassi-Wassi. Wach mal auf, ey. Oder Moment mal, Freunde. Lasst uns mit Sassi-Wassi einen Tanz machen. Ja. Sweet. Let's go. Oh Mann, ey. Sassi-Wassi ist, glaube ich, kaputt gegangen. Aber naja, Freunde. Wie auch immer. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich jetzt als nächstes hingehen soll. Moment mal. Ich habe jetzt einen Kunstschlüssel. Hä? Aha. Okay, Freunde. Jetzt verstehe ich das. Wir müssen jetzt in den Kunstraum gehen. Aber wo ist der? Ach, hier. Art Room. So. Hallo? Hä? Warte mal. Hä? Warte mal. Was ist jetzt passiert? Mein Kunstschlüssel ist verschwunden oder so? Ey, Leute. Das kann nicht sein. Und warum funktioniert Sassi-Wassi jetzt schon wieder? Ich dachte, er ist eingeschlafen. Ey, Leute. Irgendwie mag ich das Spiel, glaube ich nicht. So. Moment mal. Jetzt haben wir schon wieder den Kunstschlüssel. Und damit gehen wir jetzt zu dem Art Room. Moment mal, Freunde. Das machen wir mal ganz schnell. Ey, Moment mal. Wen haben wir denn hier? Oh. Sie ist verschwunden. Oh mein Gott. Sie hieß aber Lamy's Poops. Ey, cooler Name. Oh. Ich laufe mal hier lang. So. Sassi-Wassi wird gerade abgelenkt. Okay. Wir öffnen den Raum. Und. Oha. Schönes Gemälde. Alter. Wie fresh sieht das denn aus? Und. Moment mal. Wie sassi sieht das denn aus? Das ist einfach Sassi-Wassi. Ey. Was geht ab, Mann? Okay. Moment mal. Hier haben wir die Karotte. Wartet mal. Wer braucht denn auch mal die Karotte? Karotte. Karotte. Ich glaube, das war der Typ in der Kantine. Richtig. Okay. Das Mädchen wird die ganze Zeit von Sassi-Wassi verfolgt. Das ist gut so. Die lenkt ihn perfekt ab. Wir gehen einfach mal hier jetzt rein. Und. Ja. Viel Spaß mit Sassi-Wassi. Ne. Warte mal. Hier war das nicht. Wir mussten in die Kantine. Wo war nochmal die Kantine? Kantine. Hallo. Oh mein Gott. Ich verlaufe hier die ganze Zeit. Oh. Vielleicht hier lang? Ne. Oh Mann. Wo war nochmal diese eine Kantine? Die war. Ah. Ich glaube hier, oder? Ja. 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 Genau. Hier. Okay. Und dann müssen wir ihm die Karotte hier geben. Jetzt haben wir einen Aufbewahrungsschlüssel. Moment mal. Hä? Moment mal. Ey. Mein Schlüssel ist weg. Gib mir den wieder. Hallo? Hä? Der hat meinen Schlüssel einfach geklaut. Oh mein Gott. Freunde. Ich habe wieder keinen Schlüssel. Ich muss dem jetzt wieder die Karotte bringen. Ey Leute. Das Spiel ist ein bisschen verbuggt. Aber. Es ist okay. Weil das Spiel ist eigentlich ganz cool gemacht. So. Wir holen die Karotte nochmal. Gehen jetzt nochmal in die Kantine rein. Holen uns jetzt endgültig den Schlüssel. Und dann müssen wir. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. 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 Sehr gut. Sassi Wassi ist weg von uns. Nein. Ey. Schon wieder ist meine Karotte verschwunden. Mann ey. Leute. Ich schwöre es euch. Ich habe die Karotte nicht aufgegessen. Wo ist die schon wieder hin, Mann? Leute. Schaut jetzt zu. Ich nehme die Karotte. So. Hä? Ich kann die Karotte nicht nehmen. Ich kann die Karotte nicht nehmen. Was ist das denn? Da steht da unten. Da steht Karotte gekauft. Wie gekauft? Ich habe aber keine Karotte in meinem Inventar. Leute. Irgendwie läuft hier was falsch. Ich glaube. Sassi Wassi. Ich muss dich mal umarmen. Komm mal her. Hallo? Hallo? Ey Sassi Wassi. Willst du mich nicht umarmen? Ah, jetzt. Okay. Perfekt. Freunde. Jetzt gehen wir nochmal zu diesem Kunstraum hier. Moment. 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 Die ganze Lamy Army ist schon so weit. Ey. Was hat der in der Hand? Ein Hammer? Alter. Wo hat der den denn her? Okay, Leute. Wir haben die Karotte. Schaut hier unten im Inventar. Da sehen wir die Karotte. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Okay. Da kommen wir nicht rein. So. Karotte abgeben. Jetzt habe ich den Schlüssel. Schaut genau unten zu. Hier. Den Aufbewahrungsschlüssel. Warte mal. Was ist das denn für ein Raum? Ich glaube hier Storage, oder? So. Okay. Perfekt. Es hat geklappt, Freunde. Es hat geklappt. Yippie. Und hier hinten ist, ähm. Oha. Lol. Was habe ich aktiviert? Okay. Ich habe irgendeinen Knopf aktiviert. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Oh. Eine Banane. Okay. Sehr gut. Zwei von acht Banane haben wir schon mal. Ähm. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ich habe hier diesen Laser aktiviert. Wo führt der uns hin? Hier lang? Hier lang? Hä? Wo müssen wir hin? Doch nicht durch die Wand, oder? Warte. Irgendwie verstehe ich das Ganze hier nicht mehr. Aber warte mal. Hier ist der Laser. Aha. Oha. Okay, Leute. Krass. Damit hätte ich nicht gerechnet. Jetzt haben wir den Musikschlüssel. Der muss natürlich in den Musikraum. Okay. Und wo befindet der sich nochmal? Ich glaube am Anfang, oder? Ja, doch. Der muss da am Anfang irgendwo gewesen sein. Ganz genau. Hier. Music Room. Okay. Let's go. Jetzt wird das Spiel auf jeden Fall immer leichter für mich. Wir haben jetzt den Hammer und... Moment mal. Erstmal ein bisschen Schlagzeug spielen. Yeah. Und Moment mal. Wir haben hier noch eine Banane und noch einen Schlüssel. Okay. 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 Wir haben jetzt einen Hammer und einen Schlüssel. So. Der Büroschlüssel muss einmal... Äh. Büro. 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 Ich glaube hier. Ja. Office. Okay. Der muss einmal hier rein. Perfekt. Und mit dem Hammer... Was können wir nochmal mit dem Hammer machen? Ich glaube mit dem Hammer können wir irgendeine Wand durchbrechen. So. Wir sprechen ihn mal an hier. Er braucht auf jeden Fall... Äh. Warte mal. Was braucht er überhaupt? Hallo? Äh. Er braucht einen Classroom Key. Also den Klassenraumschlüssel. Okay. Den besorgen wir einfach mal. Aber wo kriegen wir... Wie... Oh. Warte mal. Eine Banane. Aber wo kriegen wir den Schlüssel her? Okay. Leute. Ich gehe mal wieder raus hier. Vielleicht müssen wir hier jetzt... So. Oh. Mit dem Hammer durchbrechen. Aber das bringt uns hier nichts. Wir müssen uns in irgendeinen Raum durchbrechen, wo wir noch nicht waren. Vielleicht hier irgendwo. Nee. Das geht nicht. Oder? Wir schauen uns mal hier hinten um. Ganz genau hier. Ey. Mein Hammer ist schon wieder weg. Ey. Mann. Moment mal. Wo habe ich nochmal den Hammer her? Ich glaube hier im Music Room. So. Okay. Jetzt haben wir wieder den Hammer. Aber wo bekommen wir jetzt... Den Klassenraumschlüssel her? Hä? Woher hat er den Büchereischlüssel her? Ey. Wo habt ihr den gefunden, Mann? Habe ich vielleicht irgendwas hier im Büro übersehen? Ich schaue mich mal nochmal um, Freunde. Aber hier ist kein Schlüssel, oder? Hier war nur eine Banane unter seinem Tisch. Aber kein Schlüssel. Oh Mann. Okay, Freunde. Dann müssen wir uns nochmal umgucken hier. Okay. Moment mal. Ah. Oh mein Gott. Die Lamy Army hilft mir. Und man musste sich einfach hier durchkramen. Oh mein Gott. Okay, Leute. Jetzt ergibt es auf jeden Fall Sinn. Hier gibt es natürlich etwas, was wir noch nicht haben. Moment mal. Wo ist der richtige Weg hier? Hallo? Muss ich hier durch? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade durchgehe. Äh. Ich hoffe einfach mal, ich gehe richtig lang. Hier lang, hier lang und hier lang. Und dann hier. Ne. Sackgasse. Toll. Oh mein Gott. Freunde. Das ist alles so dunkel. Ich habe... Oh. Eine Banane gefunden. Banane. Aber ich glaube, das ist nicht, dass wir hier suchen müssen. Wir müssen hier auf jeden Fall noch etwas anderes suchen. Und zwar einen Schlüssel. Den Schlüssel für die Bücherei brauchen wir. Und den Schlüssel für den Klassenraum. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo wir die finden, Mann. Oh. Ja. Ich habe ihn. Oh. Warte mal. Das ist der Bibliothekschlüssel. Okay, Freunde. Genau den haben wir auch gebraucht. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den Weg zurückfinden. Ich hoffe mal, das ist gar nicht mal so schwer. So. Einmal hier durch. Hier durch. Und ich glaube, ich laufe im Kreis. Ich habe mich verirrt. Oh mein Gott. Was ist hier lang? Hier lang? Äh. Leute. Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe. Ach, hier. Und. Ja. Ich bin wieder frei. Also halt, Freunde. Jetzt können wir auf jeden Fall zur Bibliothek gehen. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Und. Nein. Ey. Das kann nicht wahr sein. Naja, Freunde. Das Gute ist, dass wir die Bibliothek auf jeden Fall geöffnet haben. Und hier sollte sich hier auf jeden Fall noch ein Schlüssel befinden. Oder? Hallo? Äh. Schwarzes Buch? Hä? Warte mal. Warum brauchen wir jetzt hier ein schwarzes Buch? Äh. Keine Ahnung, wofür wir das jetzt brauchen. Wir haben auf jeden Fall noch eine Banane gefunden. Uns fehlen noch zwei Bananen. Und ich weiß nicht, wo wir dieses schwarze Buch hinbringen sollen. Äh. Wartet mal. Vielleicht wieder zum Direktor? Aber ich dachte, der brauchte diesen einen Klassenraumschlüssel. Hallo? Brauchst du das? Hä? Ach ne. Der braucht das schwarze Buch. Okay, Freunde. Jetzt haben wir von ihm den Klassenraumschlüssel bekommen. Damit können wir... Oh oh. Auf jeden Fall nicht in die Richtung gehen, sondern nicht hier in diese Richtung. Und dann öffnen wir einmal... Oh mein Gott. Hier das Klassenzimmer. Komm schon. Geh auf und... Okay. Perfekt, Freunde. Hier haben wir eine Banane. Uns fehlt nur noch eine einzige Banane. Ähm. Und was müssen wir hier noch finden? Hallo? Ähm. Was ist jetzt? Wartet mal. Sind das nicht diese Alphabet-Lore-Typen? Das sind doch die ganzen Buchstaben von Alphabet-Lore. Okay. Aber Leute. Immer noch. Uns fehlt eine einzige Banane. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die jetzt übersehen habe. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal auf den Weg machen, um die Banane zu suchen. Denn uns fehlt ja auch nur noch ganz genau eine. Denn dann können wir erst hier aus der Schule entkommen. Okay, Banani. Wo steckst du? Moment mal, Freunde. Was ist, wenn die letzte Banane irgendwo hier draußen ist? Das wäre echt gemein, ey. Moment mal, Freunde. Wir schauen uns mal hier um. Aber... Nee. Ich glaube, hier ist keine Banane. Hier ist nur eine kleine Minecraft-Kiste. Ey. Moment mal. Spendenkiste. Spendenkiste? Okay, Freunde. Wir spenden einfach mal 10 Bubuks. Moment mal. It's raining tacos. Yeah. Tacos. Oh, okay. Das war es mit den Tacos. Aber, Freunde. Ich suche hier schon eine ganze Weile. Und ich sehe hier wirklich nicht die letzte Banane. Ist die vielleicht auch hier im Labyrinth wieder versteckt? Ey, nee, oder? Ich verlaufe mich hier wieder in zwei Sekunden. Ey, Mann. Wo ist die letzte Banane? Moment mal, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war richtig knapp. Aber in diesem Raum hatten wir ja, glaube ich, keine Banane gefunden. Oder? Wir schauen uns das Ganze nochmal um. Banane. 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 Oh mein Gott. Ich habe jetzt endlich alle Bananen gefunden, Freunde. 8 von 8 Bananen. Jetzt können wir hier endlich raus. Ja. Wir haben, ähm, Kapitel 2 abgeschlossen. Wir haben doch Kapitel 1 gespielt. Naja, Freunde. Wie auch immer. Aber, Freunde. Wie immer müssen wir auch das Spiel bewerten. Und ich muss schon sagen, Sassy Wassy hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht war es das ein oder andere Mal ein bisschen verbuggt bei mir. Aber sonst muss ich sagen, das Spiel ist echt cool. Und vor allem erinnert mich das sehr doll an Piggy und Rainbow Friends. Und ich mag diese Roblox-Spiele ja eigentlich richtig doll. Deswegen würde ich sagen, Freunde, wir bewerten das Spiel mit, ähm, na, 9 von 10. Jetzt könnt ihr auch gerne mal eure Bewertung in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Aber, Freunde. Das war es auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Und, Freunde, jetzt könnt ihr links auf der Seite das letzte Video abchecken. Und rechts könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, dann müsst ihr es auf jeden Fall tun. Und ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao.